Klein, wendig und für Großstädte gebaut, so will der Mitsubishi Space Star überzeugen. Ein richtiges Startauto wird aber immer häufiger auch mit Automatik geordert und da hat Mitsubishi für den Space Star ein interessantes Angebot. So gibt es die 80 PS Benzinerversion auch mit einem CVT Automatikgetriebe, das einen enormen Durchschnittsverbrauch von lediglich 4,4 Liter verspricht. Im Praxismix waren es dann gut 2 Liter mehr bei durchaus forcierter Fahrweise. Das CVT Getriebe sorgt für entspanntes Weiterkommen, egal ob in engen Gassen oder auf der Stadtautobahn. Nervöse Reaktionen auf deutliche Gaspedalbewegungen kommen schon mal vor, liegen aber in der Natur des CVT Systems. Bei einer Länge von 3,71 Meter bietet der Space Star akzeptable Raumverhältnisse vorne und hinten. Der Kofferraum kann von 235 auf 912 Liter erweitert werden. Der Space Star CVT Automatik kommt von Haus aus in der Intense Ausstattung mit Klimaautomatik, einem schlüssellosen Schließ- und Startsystem, vier Fensterhebern und abgedunkelten Scheiben hinten. Sechs Airbags sowie das Audiosystem mit USB-Eingang sind ebenfalls an Bord, wie zahlreiche weitere Features aus niedrigeren Ausstattungsstufen. Der Mitsubishi Space Star mit CVT Automatik ist ab 13.990 Euro erhältlich.